Jo, hallo zu und dann willkommen zurück zu Minecraft Mark. Heute mal wieder alleine, die letzten Mal in Runde mit dem Kämpfer. Wer die verpasst hat, guckt einfach mal, ja in der Videobeschreibung eigentlich nicht, in die Playlist. Die ist aber auch in der Videobeschreibung, also guckt in der Videobeschreibung. Ich gucke hier gerade, was der Reaktor macht, weil ich habe gerade die Query auf volle Pulle hergestellt, also in der letzten Folge. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal, alter, Output. 1300. Also ich glaube, wenn ich die Query einstelle. Auf... Also wenn ich die Wundenpipe dran mache und die Query auf volle Pulle habe, dann zieht das glaube ich um die... Also ich glaube, das Reu zieht euch 640, wie da oben steht, ne? Pro Tick. Also ist schon eine Menge, aber ist auch wahnsinnig schnell, wie man sehen kann. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie weit die Query ist, weil hier ist natürlich alles schön zur Wiese geworden. Ich glaube, das Stückchen hier fehlt noch, die Ecke. Also viel ist es nicht mehr, dann können wir die Query abbauen, können die woanders aufstellen. Aber irgendwo hier. Also hier ist zumindest das Ende. Und ja, irgendwo in dem Bereich hier wird die sein, weil hier ist quasi das letzte Stückchen. Ich denke mal, so in der nächsten Folge wird die wahrscheinlich fertig sein. Glaube ich. Und wir können einfach mal hier runtergehen und noch ein bisschen was bauen. Aber ich hätte ganz gerne noch irgendwie eine Produktionsstraße. Man kann natürlich auch diese Draconic Chess machen, aber irgendwie finde ich die gar nicht so schön. Warte mal, Redstone raus. Das raus. Silikon. Warte mal, Silikon. Hä? Achso, ja klar. Alles klar. Silikon bräuchte ich. Ich habe nur noch vier Stück, deswegen würde ich mal ganz kurz sagen, ich nehme mal eben Silikon. Nur noch 30. Woraus kriege ich denn Silikon? Warte mal. Äh, Sand. Ja, ich gebe direkt Silikon ein. Silikon. Und dafür für den Tipp, dass man das hier synchronisieren kann, möchte ich aber gar nicht, weil ich möchte hier unterschiedliche Sachen drin haben. Da, Silikon. Aus Sand. Okay, wir nehmen Sand. Oh, ich habe gar nicht mehr viel Sand. Und wir nehmen, äh, wie heißen die denn? Flint. Oh, das war schwer. Ja, das war mega. Oh, ich habe gar nicht schon viel Flint. Okay. Manche haben auch gesagt von wegen, mach dir mal mehr Disketten, mach dir größere Disketten. Aber ich finde, das lohnt sich gar nicht so wirklich, weil wenn ich viele kleine habe, dann, äh, sieht es erstmal cooler aus. Ich habe nicht nur einen so einen Drive, sondern habe ganz viele Drives. Und zum anderen ist das viel billiger. Also ich habe es schon mal erklärt, deswegen ist das total Quatsch. Deswegen ist das total Quatsch. Genau, und jetzt, sie kommt hier. Da muss ich aber den Output, oh, weiß ich jetzt gar nicht, warte ich fange erstmal hier rein. So, da müsste jetzt eigentlich irgendwann mal dieses Silikon raus. Komm, da ist es. Aber du wirst es nicht braten, oder? Ah, gut, er wird es nicht braten. Ist ja voll blöd, wenn er es braten wollen würde. Ich mache das mal eben aus hier. Äh, tipp, und disabbelt. Ich habe es jetzt aus, er zieht es sich aber trotzdem. Wahrscheinlich, weil er von dem Ding da zieht. Ja, egal, er berät es ja gar nicht. So, schneller, dann machen wir hier mal ganz kurz die Silikonschablone rein. Ins Gribber. Die Silikonschablone haben wir hier. Ich meine, da sieht es auch wirklich so aus. Das ist eigentlich ganz cool. Und wo muss Silikon rein? Vorne, also hier. So, dann kann er quasi Silikon machen. Wir können mal ganz kurz schnell ein paar Busse bauen. Bus bauen. Obwohl, können wir wahrscheinlich eh nicht, aber... Disketten werden eigentlich noch ganz cool. ME-System. Obwohl, brauche ich jetzt gerade nicht. Eigentlich müsste ich aber irgendwie eine Automatisierung mal hier reinkriegen. Und ein bisschen aufteilen. Jetzt die Frage, wo baue ich das hin? Ich brauche da im Grunde so ein ME-Teil nochmal. So ein ME-Controller ein, wovon dann diese dicken Kabel weggehen. Und wir brauchen hier die Automatisierung von dem Reaktor. Ich würde fast schon sagen, wir fangen an mit der Automatisierung von dem Reaktor. Und deswegen brauchen wir da erstmal ein Import- und einen Exportbus. Import haben wir. Obwohl, ich baue einfach mal welche. Und Karten brauche ich noch. Also Import. Da haben wir schon mal den Import. Oh mein Gott. Genau, warum macht er das? Das ist das. Okay. Einfach mal vorsichtig mehr machen. Import und den Exportbus. Ah, wir brauchen noch die Sticky Pistons. Wir brauchen Pistons. Ja genau, ich wollte schon sagen, Holz ist unsere Schwachstelle gerade. Richtig dumm eigentlich. Wir haben echt kein Holz. Muss ich wohl mal eine Baumfarm bauen oder farmen? Die, äh, Orberry-Büsche wären natürlich auch noch verwurstet. Ich überlege gerade, wo ich die hinbaue. Eigentlich könnte man auch, könnte man auch die Orberry-Büsches gleich mal angehen. So, warte, Importbus haben wir. Beschleuniger-Karte brauche ich erstmal nicht. Ich brauche eine Capacitator-Karte. Da haben wir sie. Dafür brauchen wir die Basics. Oh Mann, ey. Warum macht er das? Und da brauchen wir einen Pure Zertus Crystal. Pure Zertus. Oh, wir haben sogar noch welche. Cool. Und den Inscriber. Ich weiß ja nur nicht welchen, nehmen wir mal alle mit. Okay. Natürlich gut jetzt, dass er hier gerade dran ist. Ich warte eben, bis er die Zehn da fertig hat. Dann können wir in der Zeit nochmal einen Exportbus bauen. Also Import haben wir. Da brauchen wir noch Export. Alles für den Generator jetzt. Exportbus. Was ist das für ein Geräusch? Holy shit, man. Da, ME Exportbus. Eins. Oh nein. Gucken wir nochmal. Was wollen wir hier? Wie doof das System. Warum packt das denn immer diesen, diesen... Oh, egal. Fluix Crystal. Fluix. Oh, ich habe sogar noch welche. Also da muss ich echt nochmal ein paar mehr machen. Ich brauche dafür auch Sand. Ich muss die Query eigentlich irgendwo mal hinstellen, wo es Sand gibt. Oder hat einer Sand? Und... Komm, mach mal klein hier. Das geht aber nicht darüber. Und der wollte ich schon sagen. Und der letzte... Bäm. Bäm. Und dann kann ich die... Ui. Immerhin acht Stück davon. Fünf Stück davon. Ist schon mal sehr, sehr geil. Importbusse. Da haben wir ein Export. Importbus. Warte mal, was ist das? Exportbus. Okay. Wollte ich auf jeden Fall auch ein paar. Ich mache mal jetzt drei Stück. Dann habe ich Importbusse. Importbusse. Okay, Importbusse habe ich nur einen. Mach ich mir jetzt auch mal drei. Achtung. Ah. Hier muss dann rein. Importbus. Import. Eins. Zwei. Da sind meine Sticky Pistons. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Capacitator Card. Dafür brauche ich nochmal... Hier oben was anderes drin. Und zwar... Ich mache wie gesagt jetzt einfach mal ein paar mehr. Ich nehme jetzt einfach mal... Fünf Stück oder so. Also noch vier. Und hier oben muss irgendwas anderes rein. Oh. Wartner Knob. Der nicht. Auch nicht. Weil die sehen relativ gleich... Der ist richtig. Der ist richtig. Dann kriegen wir jetzt aber nur das Grundding. Ja. Genau. Redstone und Silikon brauche ich da noch. Redstone. Und was macht unser System? Läuft auf jeden Fall immer noch. Also die Query gibt immer noch Gas. Kann man auch glaube ich hier sehen, wenn man hier drauf geht. Also ich glaube, ich stelle hier mal ganz kurzer Ding um. Und zwar... So sieht es eigentlich ganz gut aus. So sehen wir zumindest immer, was ungefähr läuft. Weil wenn man mit Shift-Rechts-Klick auf die Dinger klickt... Hä? Äh? Lol. Wenn ich hier einfach mal die Finger an der falschen Taste hatte. So. Oben. Ich glaube, Silikon musste... Unten rein. Und Redstone hier. Dann müsste da nicht mehr zusammengepresst werden, oder? Komm, press dich zusammen. Jawohl. Das sieht gut aus. Dann können wir jetzt erstmal hier so eine Capacitator-Card machen. Super. Das ist so blöd, ne? Ich weiß gar nicht, warum ist das denn so? Zwei Stück. Und wir können jetzt sowas hier machen. Oh, sehr gut. Eins. Zwei. Cool. So. Automatisierung des Reaktors. Ich könnte jetzt auch diese ME-Kabel bauen, die quasi sich mit den Dingern verbinden. Ist an dieser Position aber total unnütz. Weil erstens sind die super teuer. Und zweitens... Also verhältnismäßig. Und zweitens haben wir hier hinten genug Platz. Deshalb macht man am besten da, wenn man generell weniger Platz hat im Haus. Aber hier, wo halt die ganzen Maschinen hinkommen, kann man natürlich auch mal... ...vernünftige Kabel verlegen. Also die normalen Kabel. Vernünftig sind die anderen allemal. Oh. Heißt das? Was heißt das denn? Ist die Query fertig? Boah, das wäre echt krass. Dann würde ich die am liebsten mal irgendwo in der Wüste hinstellen. Hui. Ne, lol. Warum? Hä? Hä? Was war denn da los? Jetzt geht's wieder weiter. Boah, was für eine Stange mit Marble da jetzt reinkam. Eine richtig gute Stange Marble. Und dann haben wir alles abgebaut. Komisch. Okay. Dann nicht drüber nachdenken. Einfach weiterbauen. Jetzt gerade ist wieder out. Jetzt geht's wieder los. Egal. Was brauchen wir? Wir brauchen Cable. ME-Cable. 19 Stück noch. Könnte eng werden. Cable. Jetzt passt es up. ME-Cable haben wir hier. Da brauchen wir Mist. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Die will ich gar nicht verballern. Hä? Warum habe ich denn... Irgendwie ist das System so ein bisschen verwirrt gerade, wenn ich ehrlich bin. Gut. 27 haben wir da schon mal. Quite Clear Glass und Zertus Quartz. Glass. Ich hab da voll viel. Zertus Quartz. Zertus. Boah, mein Gott. Da geht auf jeden Fall was. Okay. Machen wir mal ein bisschen was klein. Wir haben ja so ein bisschen. Und hier müsste, glaube ich... Ja, genau. Hier sind die auch fertig. So. Also der Reaktor wird das weiter automatisiert. Problem ist jetzt... Dass der nicht... Wie soll ich sagen? Hat er automatisiert wieder? Aber die Barren werden nicht weiterverarbeitet. Also die Barren, die da rein müssen. Einmal gibt es ja so ein Abfallprodukt. Das kann man wieder aufarbeiten. Deswegen, da geht es noch nicht. Aber egal. So, warte mal. Hä? Kabel? Okay. Also irgendwie brauche ich nochmal ganz viel von diesen... Kristallen. Wo haben wir sie? Fluix Crystal. Genau. Drop ein Charged Zertus Quartz. Ein Nether Quartz. Zwei Red Zone Quartz. Charged Nether Quartz. Okay. Okay. Quattet Charged. Nehmen wir mal alle mit drauf geschissen. Charged Zertus. Ähm. Nether. Davon haben wir auch sogar noch richtig viel. Und was war... Ne, sag jetzt nicht Sand. Was Sand? Ah ne, Redstone. Okay, Glück gehabt. Und Redstone. Die müssen wir gleich mal irgendwo hinschmeißen. Dann haben wir zumindest schon mal ein paar gute Dinger. Wasser habe ich auch nicht hier, ne? Oh, ist das doof. Ich brauche bald Wasser. Kein Wasser im Haus. Ärgerlich. So. Und wir werfen hin. Den, den und den. Verbindet euch. Und kommt zu mir. Cool. Da machen wir uns jetzt auf jeden Fall ein paar Kabel fertig. Und dann haben wir den Reaktor schon mal weitgehend versorgt. Wir können die Wand auf der Seite schon mal so ein bisschen zumachen. Was für noch interessant. Die Conduit Binder hießen die, glaube ich, ne? Conduit. Conduit. Hier, genau. Conduit Facade. Oh, Mann. Haben wir die Painting Machine schon hier unten? Ja, gut. Ja, die Maschine muss ich wie, also in den nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal irgendwo einen Platz suchen, wo die am besten hinkommen. Weil so ist es ja nicht gut. Und, äh. Oh, wollte schon sagen. Ich dachte schon, funktioniert nicht. Aber da geht einiges. So, die kommen hier rein. Jetzt können wir, können wir, können wir, können wir, können wir. Ich glaube schon. Und, äh. Und, äh. Und, äh. Und, äh. Und, äh. Oh, ausgezeichnet. Ganzer Stack. Damit kommen wir hin. Okay. Dann brauchen wir Jelurium. Oh, ich sehe schon. Gar nicht mehr so viel drin. Und. Äh, scheiße. Ich weiß, äh. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ah, Uranium. Da haben wir sogar noch mehr von. Cool. Der Rest nicht. Wie gesagt, Abfallprodukt kommt dann raus und muss dann nachher wieder aufbereitet werden. Aber zumindest haben wir dann schon mal den ersten Schritt. So, warte mal. Raus. Da heißt. Da muss Import dran. Und rein Export. Wir exportieren quasi von dem ME-System. Und deswegen brauchen wir hier eine Kapazität. Tailor Card. Dann. Das und das. So, das wird jetzt da rein geballert. Und, äh. Damit der Reaktor quasi immer genug hat. Und hier kommt. Zyanid Ingalls werden dann rausgepumpt. Und die Zyanid Ingalls kann man nochmal upgraden. Also die kann man wieder aufarbeiten. So. Wir nehmen hier hinten die Linie. Die Line. Äh. Ja, ich mach's einfach mal da dran. Ist auch begrenzt. Da müssen wir auch nur nochmal gucken nachher. Wie wir das am besten machen. Weil da brauchen wir auch so einen ME-Controller. So. Okay. Die sind jetzt. Lol. Ich komm mal nicht mal raus. Müsste jetzt eigentlich voll sein. Okay. Die werden exportiert. Oder importiert. Also die werden aus dem ME-System exportiert. In den Reaktor importiert. Mein Gott. Und die werden rausgezogen. Okay. Da muss ich nur nachher nochmal irgendwie dran. Wenn wir die Barren aufgefrischt haben. Aber bis dahin kann man jetzt eigentlich diese wunderschönen Blöcke hier nehmen. Hä? Nein. Ah, ich hab Schiff gedrückt. Das war blöd. Deswegen. Ich find die Blöcke so cool. Und dann haben wir jetzt den Reaktor völlig automatisiert. Zumindest von der Versorgung her und so ein Kram. Gut. Jetzt ist halt nur die Frage. Wo baue ich den anderen Kram hin? Also irgendwo muss ein ME-Controller hin. Gut wär's natürlich in der Mitte von so einem. Von dem Ding hier irgendwo. Wenn wir den vielleicht hier auf dem Boden packen so. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz. Diese Lampen. Diese. Inverted Lamps. Inverted. Und zwar diese hier. Da brauchen wir ja das nochmal. Da brauchen wir Knochenmehl. Bone. Ich mach mal direkt ein paar mehr. Egal. Egal wie viel Knochen wir jetzt gebraucht haben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gibt auch noch andere richtig coole Lampen. Oh nein. Redstone. Oh. Äh Redstone. Glowstone. Gut. Aber noch ein bisschen mager jetzt die Ausbeute. Aber was soll ich tun? Ihr habt leider nichts mehr. 13. Okay. Glas machen wir nochmal ein paar. Ein Stack. Dann packen wir jetzt den nochmal hier rein. Auch ein Stack. Was haben wir denn jetzt? Die bekommen wir denn jetzt bauen? Okay. 6 weitere. 6 weitere. Jetzt kann man zumindest hier mal die Decke nochmal gucken. Wo wir denn dann landen werden, wenn der Raum hier noch ein bisschen größer wird. Ich wollte nochmal gucken, dass ich das nochmal abteile. Dass hier vielleicht eine Wand hinkommen mit einem Pfeil nach rechts und nach links. Dass hier dann die Verarbeitung ist. Vielleicht hier so die Disketten. Der Diskettenraum. Aber ich überlege gerade. Ich glaube, ich sollte echt vorher die Laboratory Blocks. Laboratory Blocks. Habe ich gar nicht mehr so viele. Nether Quartz. Also machen wir uns mal ein paar, ne? Und Stone. Oh. Ich habe ja gehört, der, der, ähm. Early hatte ganz viel Zeug davon gemacht. Okay. Haben wir schon mal drin. Alter. Jetzt habe ich ein paar viele. Und wir chiseln. Ganz kurz gucken, was, äh, ich glaube, die Wand hatten wir, ne? Boden hatten wir auch, diesen anderen Flur. Aber den machen wir später. Also, äh, nochmal zum Plan. Ich teile jetzt mal eben die Räume so ein bisschen ein. Was ich mir so vor, äh, wo vorstelle. Und dann kann man auf jeden Fall schon mal irgendwas cooles bauen. Oder auch nicht. Boah, die Query vorballert so viel Strom, ne? Aber egal, die läuft ja richtig hardcore da unten. Die läuft ja richtig hardcore da unten. So. Nicht so viele. Vielleicht so zehn. Zehn, die nach rechts gehen. Okay. So, man kommt, da, das meine ich. Eigentlich müsste man dann hier die Lampen so ein bisschen versetzen. Kommt dann hier so runter. So. Eins, zwei, drei. Dreier Wände. Oder Dreier Gänge sind eigentlich ganz cool. Dann brauche ich noch welche nach links und nach rechts. Aber wir bräuchten auf jeden Fall noch einen weiter hinten. Och, Mann, oh. Und dann, wir gehen ein nach vorne. Dann hätten wir in dem Gang. Boah, wir müssen alles versetzen. Wollte schon sagen, hab ich jetzt da durchgebaut. So. Wie sich da so anhört, ne? Immer so voll hohl. Aber eigentlich ganz cool. Hier sind die Bussysteme. Also ich hätte am liebsten irgendwo, wo die Diskettenräume oder einen Diskettenraum. Das ist dann so der Serverraum. Da können wir so Propeller an der Wand machen. Serverraum ist dann aber irgendwie doch kleiner als... Obwohl, wenn man, sag ich mal... Ne, irgendwie... Irgendwie, äh, es ist noch nicht so geil, äh, so. Okay. Ich meine, es ist vielleicht so, dass man hier Glas drin hat. Aber man müsste schon... Ne, geht... Also ist auf jeden Fall zu klein. Die Räume sind zu klein, so. Peter, was machst du denn da? Okay, aber ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich überlege mir nochmal was, wie die Räume gebaut werden sollen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder von Minecraft Mark, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und schreibt mal rein, wie ihr das hier so findet, was ich hier baue. Oh, ist der... Die quälte schon wieder aus? Also irgendwie ist die Anzeige so ein bisschen buggy, meine ich. Gut, ich sortiere noch ein bisschen aus. Lasst euch heute einfallen. Und bis zur nächsten Folge von Minecraft Mark. Tschüss.